Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie der Tipps zum Eventstart. Und dieses Mal soll es um das Fußball-Event gehen, wie ihr schon sehen könnt, und speziell um den veränderten Turniermodus. Und ich werde euch erstmal vorstellen, wie der Turniermodus allgemein funktioniert und was sich daran verändert hat. Schauen wir also rein. Grundsätzlich gibt es immer noch die Ligen, Bronze, Silber, Gold, Amateur und Hobby. Ich bin hier gerade in der Bronze-Liga und ich möchte euch zeigen, wie ihr es schaffen könnt, besser in der Liga abzuschneiden und euer Team besser aufstellen könnt. Grundsätzlich ist es weiterhin so, dass man drei Gegner hat, die ihr wählen könnt, wenn ihr ein Spiel machen wollt. Das ist, wie ihr einen starken Gegner habt, einen mittleren Gegner und einen schwachen Gegner. Die Stärke der Gegner ist abhängig von eurer eigenen Stärke. Die seht ihr hier oben. Wie ihr seht, ist meine Teamstärke aktuell 99 und die Stärke des starken Gegners 126, die des mittleren 79 und die des schwachen 60. Und demzufolge könnten wir erwarten, dass wir gegen den mittleren und den schlechten Gegner ganz gute Chancen haben. Ich wähle jetzt mal hier den mittleren aus und dann sehen wir auch schon, was sich verändert hat. Und wie ihr hier seht, seht ihr schon direkt, dass ich hier gewinnen würde dieses Match. Es gibt also keine Wahrscheinlichkeiten mehr, ob ihr das Match gewinnt, sondern es hängt nur noch von eurer Teamstärke ab. Dieses Match würde ich jetzt an dieser Stelle gewinnen, weil mein Team einfach klar besser ist als das des Gegners. Hier sind zwei Spieler gleich stark. Das wird dann mit zwei aufeinandertreffenden Pfeilen angedeutet. Genau der gleiche Pfeil liegt hier vor. Und hier und hier sind meine Spieler jeweils stärker als die des Gegners und hier in der Mitte sind sie deutlich stärker als die des Gegners. Deswegen kriege ich noch einen Extrapunkt und würde dieses Spiel halt deutlich gewinnen. Wenn ich jetzt hier den schwachen Gegner auswähle, dann sieht es in jedem Bereich so aus, dass ich sogar noch mit Extrapunkten gewinnen würde. Wenn ich allerdings den starken Gegner auswähle, dann sieht es so aus, dass ich jetzt hier nicht gewinnen würde, außer mit den mittleren Spielern und sonst hätte der Gegner klar einen Vorteil. Nun zu meinem Tipp, wie ihr gegen den starken Gegner mit etwas Glück trotzdem gewinnen könnt. Schaut nochmal auf meine Spielerstärke. Die ist gerade 99 und die des starken Gegners 126. Erst mir also deutlich überlegen. Und ich werde jetzt versuchen, trotz meiner Unterlegenheit, den starken Spieler zu schlagen. Und das geht leider nicht ohne den Einsatz von Diamanten. Ich will euch aber zeigen, wie ihr mit wenig Diamanteneinsatz das schaffen könnt. Und dazu müsst ihr Folgendes tun. Ihr geht hier auf das Team und entscheidet euch, Spielerkarten hinzuzukaufen. Ihr wählt bewusst nicht die obere Reihe, wo ihr gleich verteilt Spieler bekommt, sondern ihr sucht euch das Kartenpäckchen aus mit den Spielern, wo ihr eh schon viele gute Spieler habt. Das sind in meinem Fall die grünen Spieler. Und ihr setzt dann hier bewusst die Diamanten ein und kauft weitere grüne Spieler. Wie ihr seht, hebt sich jetzt das Level meiner grünen Spieler nochmal an. Und ich gehe jetzt zurück zur Übersicht. Ihr seht jetzt, mein Team hat jetzt eine Stärke von 101. Das heißt, ich habe zwei Spielstärke hinzugewonnen, wobei der Gegner immer noch 126 Spielstärke hat. Wie berechnet sich eigentlich diese Spielerstärke? Das können wir eben mal gucken, wenn ich mal mein Team öffne. Die berechnet sich in der Summe aller Spieler der Standardaufstellung. Das heißt, 14 plus 13 plus 23 plus 23 plus 15 plus 13 müsste 101 ergeben. Könnt ihr ja gerne zusammenrechnen. Ich habe das schon mal gemacht. Das sollte stimmen. So, und ich versuche jetzt mit dieser deutlich unterlegenen Teamstärke den starken Gegner zu schlagen und ich zeige euch, wie ich das angehe. Zunächst sieht es danach aus, als würden wir hier deutlich verlieren, außer gegen die mittleren Gegner. Allerdings sehen wir, dass wir hier nur 20er Gegner haben. Das heißt, es würde wahrscheinlich reichen, wenn wir andere Spieler wählen, um dieses Team hier trotzdem zu schlagen. Das heißt, ich gehe mal in die veränderte Teamaufstellung und nehme hier die beiden Spieler raus und wähle meine schlechtesten Grünen, die auch schon 22 Punkte haben und die würden das hier trotzdem noch deutlich gewinnen. Und jetzt habe ich zwei 23er Spieler freigemacht und kann damit folgendes machen. Wenn ich diese 23er grünen Mittelfeldspieler im Bereich des Sturms einsetze oder im Bereich der Abwehr, dann kann ich hier das mal versuchen. Ich nehme mal hier diesen Spieler raus und setze da den 23er stattdessen ein und ihr seht, okay, mein 23er kriegt einen Abzug von zwei Punkten. Das heißt, er hat hier nur noch 21 und es würde sich an der Situation hier an sich nichts verändern. Ich würde immer noch verlieren und der Gegner hätte immer noch plus 1 und dann würde ich immer noch deutlich verlieren. Allerdings kann ich den Mittelfeldspieler auch tauschen gegen den 13er Stürmer und dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich nehme den 14er wieder rein und tausche den Mittelfeldspieler hier ein und ich sehe, dieses plus 1 verliert der Gegner hier in dem Fall. Ich würde immer noch verlieren, das Gesamtspiel, aber der Gegner hat hier kein plus 1 Vorteil, mehr. Und dann schauen wir mal auf der rechten Seite, ob uns das da auch gelingen würde. Wir müssen immer in Betracht ziehen, dass unser Mittelfeldspieler, den wir in der falschen Position hier in der Abwehr einsetzen, minus 2 Punkte bekommt, aber wir sehen, wir könnten den zweiten Spieler hier, gegen den zweiten Spieler hier auch einen Ausgleich herstellen. Also wenn wir hier den 13er Spieler rausnehmen und dafür auch einen 23er einsetzen, dann verliert er hier auch seinen plus 1 Status und ich würde das Gesamtspiel gewinnen. Und genau das mache ich jetzt und kann somit durch die Umstellung des Teams gegen den starken Gegner gewinnen und mir die 300 Punkte holen und erreich damit jetzt, dass ich wieder deutlich näher an die Silberliga komme. Ich habe ja noch zwei Tickets frei und werde jetzt das weiterhin versuchen. Ich habe hier immer noch 101 Punkte. Jetzt sehen wir, jetzt ist der Gegner noch mal stärker. Schauen wir mal, ob wir da auch noch gegen ankommen. Wir sehen hier nicht mal mehr in dem Bereich, dass wir gewinnen würden. Wir könnten hier hinten einen Spieler tauschen. Dann hätten wir hier einen Ausgleich hergestellt. Dann würde er hier das plus 1 verlieren, aber insgesamt würden wir es trotzdem noch verlieren. Und wir können die Mittelfeldspieler auch nicht rausnehmen, da die Mittelfeldspieler des Gegners auch noch stark sind. Das heißt, an dieser Stelle können wir jetzt nichts machen. Wir könnten natürlich noch weiter versuchen, unsere Mittelfeldspieler zu verstärken, indem wir weitere Spielerkarten zukaufen. Aber das werde ich jetzt hier nicht machen. Ich werde jetzt hier einmal den mittleren Spieler wählen, gegen den wir deutlich gewinnen. Wir können jetzt hier natürlich Spieler auch noch umstellen, damit wir noch deutlicher gewinnen, aber das ist jetzt auch Unsinn. Kann man jetzt auch einfach gewinnen drücken oder spielen drücken, weil man ja auch automatisch gewinnt. Und im letzten Match ist der Gegner, der starke Gegner jetzt noch mal deutlich abgesunken. Er hat jetzt nur 114 Punkte. Jetzt versuchen wir das noch mal. Und hier können wir doch einiges machen. Hier können wir zum Beispiel jetzt das Team in der Abwehr umstellen und da zwei 23er für einsetzen. Wir können auch das Team im Sturm umstellen und hier noch ein 22er für einsetzen. Und so würden wir deutlich gewinnen. Und holen uns noch mal die Punkte hier. Plus 250. Okay, nochmal Spielerkarten dazu gewonnen. Noch ein 24er Spieler jetzt geholt. Aber das Event neigt sich zum Ende und da würden wir jetzt eh nicht mehr viel schaffen. Wir könnten uns jetzt noch mal ansehen, wie es jetzt gegen den nächsten starken Gegner aussehen würde. Der hat 120, wie ihr seht. Meine Spielerstärke hat sich gerade um eins erhöht, da wir eben die Karten eingesammelt haben. Hier würde ich jetzt gegen den mittleren Spieler klar gewinnen. Das heißt, wir könnten hier auch einfach die Schwächeren aus unserem Mittelfeld einsetzen, um trotzdem zu gewinnen. Und dann könnten wir dem Gegner hier noch seine Überlegenheit rauben. Beispielsweise im Sturm. Das geht hier auch in der Abwehr noch. Und würden jetzt an der Stelle auch noch mal deutlich gewinnen. gegen den starken Gegner und könnten uns auch diese Punkte hier noch einsammeln. Das nächste Ticket bekomme ich aber jetzt in knapp 8 Stunden. Und das Soccer-Event ist jetzt auch bald zu Ende. So könnt ihr also euer Team umstellen und durch die Teamumstellung nochmal eine Überlegenheit sogar gegen den starken Gegner erzielen und da Gewinne ermöglichen. Das Ganze funktioniert aber auch nur, indem ihr diese Unausgeglichenheit im Team erzeugt und eine deutlich geringere Spielstärke habt. Weil wenn ihr eure Spieler alle gleichzeitig erhöht, dann wird eure Teamstärke auch deutlich größer. Um euch das nochmal sichtbar zu machen, wenn jetzt hier überall 20er Spieler drin wären, dann das Mittelfeld 24 und 23 hätte, dann hättet ihr ja schon 120 Grundpunkte, dann plus 4 und 3, dann sind das 127, wäre dann eure Teamstärke. Und ihr würdet eben dementsprechend auch deutliche, stärkere, starke Gegner bekommen und hättet dann aber auch keine Chance, gegen den zu gewinnen. Das heißt, ihr müsst diese Unausgeglichenheit im Team erzeugen, um diesen Vorteil zu nutzen. Und das funktioniert nur, indem ihr Spieler eines bestimmten Spielertyps kauft, jetzt beispielsweise wie bei mir im Mittelfeld, und dann das entsprechende Kartenpack auswählt und diese Spieler zukauft. Okay. Dann wünsche ich euch mit dieser Methode viel Erfolg im Fußball-Event und wenn euch dieser Tipp geholfen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr auch keine weiteren Videos zu Forge of Empires mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und schaut vielleicht auch mal auf Twitch vorbei, denn ich habe auch einen Twitch-Account, wo ich regelmäßig am Mittwoch um 22 Uhr und sonst auch unregelmäßig Livestreams mache und darunter auch oft über Forge of Empires Berichte. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ja,